Aber wir haben gut geschafft. Wenn wir jetzt die Verlängerung... Ah, schaffen wir nicht. Wir müssen aber rein, theoretisch... Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Also, wir haben wirklich megamäßig viel Zeit. Wir sind jetzt auf 99, ganz ehrlich. Wenn wir es einfach jetzt schaffen, hier zu pushen, ich hab meine auch meine Ulti ready. Wenn wir das jetzt einfach reinpushen, dann war's das. Das sollte ganz gut... Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich hab... Ich weiß auch, wie wir es ungefähr machen werden. Wir warten. Ich weiß nicht, wie ich von Mai getötet wurde. Ich hab keine Ahnung, aber... Gut. So, die greifen schon mal an. Aber... Es läuft nicht so, wie ich es haben wollte. Ja, gerade wenn alle sterben. So, zu viert. Oder zu dritt. Und jetzt nur noch die... So, schön die Ulti rein. Versuchen, irgendwas hier jetzt zu... Großartig zu regeln, ja. Ja, da... Da hatte ich gerade die Befürchtung, dass das schon so laufen wird. Aber der versucht, so gut es geht, hier die Scheiße zu halten. Okay. Ich weiß nicht, wie ich gerade hier einen Doppelkill gemacht habe, aber ich nimm's so, wie es gerade ist. Die, die, die wollen es wissen. Die wollen es wissen. Ja, man sieht das, die... Alter Schwede, ey. Geht doch mal endlich drauf. So, das war's auch. Danach... Ja, sehr gut. Tz, 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 tz. Genau, das würde ich auch sagen. Tempo Boost hier. Ach, ja. Das leihen wir mal hier eine Runde. Gut, schauen wir mal, was wir jetzt in der zweiten Runde leisten. Wenn wir jetzt schaffen, das hier auch noch zu holen, dann ist die Sache gelaufen. Gerade als Lucius ist geil. Ich kann sie einfach über die Klippe slammen. Oh, ja. Da hat sich einer... Ja. So, Lucius gegen Lucius, oder was? Gefällt mir. Ey, die haben die Mitte ein bisschen aufgebessert. Die sieht jetzt ein bisschen schnuckliger aus. Sah eigentlich davor gar nicht so aus. Das hat man, glaube ich, jetzt ein bisschen gefixt. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre so. Das müsste so sein, aber scheinbar nicht. Gehört also doch nicht so zum... zum Gebiet dazu. Ich dachte, das wäre so ein Teil des Gebiets. Sah so am Anfang eher aus. Ah, 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 ah. Ich dachte noch, sie ist in der Reichheit, dass sie sich vielleicht so wegsmashen kann. Das, was der gute Lucio immer macht. Die einzige Map, wo ich mal sagen müsste, dass hier seine fucking Rechtsklick irgendwo Wunder wirken. Das und Griechenland, wo man in der Mitte so Sparta-mäßig einfach so, ups, das Ding droppen kann. Ist auch nicht schlecht. So, warte. Jetzt, 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 genau das mache ich. Und tschüss, Bitch. Und tschüss, Bitch. Yeah, I love it. I love it. Der Klassiker, der Klassiker unter den Lucio, Alter. Der billige Lucio-Trick, aber billig, aber legitim. So, heilen wir uns mal eine Runde. Ich... Ah, shit! Ich werde hier unter die... Oh! Das wollte ich gerade sagen. Ich wurde hier ein bisschen in die Mangel genommen. Okay. Ist immer geil, wie sie anfangen zu reden und dann mitten im Satz einfach sterben. Ist auch immer sehr lustig anzuhören, wie sich das so... wie das so klingt. So, ich habe eine Idee, wie wir es... was wir hier machen könnten. Ich habe eine sehr gute Idee, was wir hier machen können. Und tschüss, Bitch. Okay, das war vielleicht... Es gibt hier einen Trick, dass man hier hochkommt, aber nein. Scheiße. Ich habe es einmal mal geschafft, komplett von unten wieder nach oben. Weil man kann so ein bisschen quer weiter nach oben. Es dauert mal ein bisschen, aber es ist... Das ist schneller, als zu sterben und wieder zu respawnen. Und da hast du auch auf jeden Fall den Surprise-Motherfucker-Moment. So, aber wie es jetzt aktuell aussieht, gehe ich mal nicht davon aus, dass wir es noch schaffen werden, wenn es so weitergeht. Bitch! Oh, komm schon! Das ist nicht euer Ernst! Das war so ein... Oh, ein... Millimeter! Kann ich das jetzt sehen? Das will ich sehen! Da! Das hat man gesehen! Das war ein Millimeter, was da gefehlt hat. Also, wir sollten jetzt mal wirklich mal anfangen, was zu reißen. Weil die haben schon genauso viel wie wir. Viel fitter jetzt nicht. So, Bitch! Viel Spaß! See you in hell, motherfucker! Nur noch Lucio selber töten, dann hat man es eigentlich geschafft. Hat man den größten Assi von allen besiegt. und den Punkt einnehmen. Komm! Komm! Das geht! Das geht! Ich sag's euch! Das geht! Komm, ich war doch schon fast oben! Nein! Ihr habt's gesehen, man kann es schaffen. Ich hab... Ich war nur... Ich war grad orientierungslos. Fucking shit. Aber wir haben den Punkt eingenommen. Das ist ganz nett. Leider nicht hier dauerhaft. Das sieht gleich so aus, als ob wir den schon wieder verlieren. Ja, den verlieren wir auf jeden Fall wieder. Scheiße. 4%, 3%, das ist nicht mehr... Mehr kann ich echt nicht machen. Ich sollte auch nicht zu weit in der Mitte... Ja, oder... Oder du wirst einfach mal von der fucking Soldier-Ultie getötet. Was war das denn für ein Leichensprung grad eben da? Wie so ein Hühnchen an, was runter... Was abgestürzt ist. Ne, also nochmal Lucio will ich nicht spielen. E-e-e-ohne Scheiße ich will nicht nochmal Lucio spielen. Eigentlich will ich... Ich würde was anderes spielen wollen, aber unsere Pics erlauben es mir nicht was anderes zu spielen. Ich könnte noch... Weil wir brauchen mindestens einen Supporter, weil sonst gehen wir komplett drauf. Okay, da hat jemand Hanzo genommen. Wenn wir einen Tank hätten mindestens und noch einen Supporter dazu, dann könnte ich wenigstens so was sagen wie, ja okay, ich nehme mal jemand anderes. Solange muss ich leider nochmal den Beat herhalten. Mehr kann ich leider in der Form nicht machen. Gerade bei der Map ist, bin ich... wäre hier so in Reihen hat ziemlich nützlich. Ziemlich nützlich sogar. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Wir haben es echt nicht drauf, im Teamkampf irgendwas auszurichten, weil die sind auch so in den Gründen stärker. Die haben eine viel bessere Fahrer als wir. Falls wir überhaupt eine fucking Fahrer haben. Ja. Wir haben nicht meine fucking Fahrer. Also wenn ihr schon komplett nur Angreifer und fucking Dings nehmt, dann könnt ihr auch mindestens meine Fahrer nehmen oder so. Weil die zerschießt uns da komplett. Die zerschießt uns da wirklich komplett. Ja, ich werde hier schon wieder angeschossen. So, jetzt geht, jetzt switcht hier jeder ein bisschen rum. Das finde ich ganz gut. Da wollte ich ein bisschen Max Payne-like machen. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Das ist gut. Da wollte ich echt ein bisschen zu viel. Nice try, würde ich mal sagen. Das war, das war wirklich guter Wille, der da dabei war. Ist auch schön, dass die einfach mal am Boden liegt und niemand sie angreifen will. Ach Gott im Himmel. Wir haben auch nicht wirklich jemanden, der sonderlich gut darin geeignet ist, sie fertig zu machen. Wir haben keinen fucking Hand. Doch, Hand, so haben wir eigentlich. Das ist doch gerade sein fucking Job, so in Shit zu machen. Nee. So, können wir jetzt mal bitte diesen fucking dieser Bastard. Aber ich habe immer noch meine Ulti droppen können und die meisten von uns buffen können. Gut. Ich versuche da Ah, fuck. Da konnte ich ihn nicht mehr wirklich nicht mehr retten. Ist auch ein bisschen schwierig da was zu retten, was nicht mehr zu retten. Nachladen. Schön Heilung geben. Ich muss auch dazu sagen, das ist auch ein Titel, den ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass ich den höchst wahrscheinlich streamen könnte. Weil das immer doch Spaß macht. Ich habe zwar viele Spiele, die ich streamen könnte, aber Overwatch macht aktuell doch sehr viel Bock. Und so ein Stream damit zu machen ist eigentlich finde ich immer eine schöne Idee. Kann man mal machen, wie man so schön sagen würde. Mir bleibt nicht mehr viel mehr übrig als da wollte ich ihn irgendwie noch ins Verderben schmeißen, aber ja, aber man sieht es schon. Ich werde einfach ich werde schon gebitch slap von der. Ja, besser kann es nicht laufen, aber wenn wir nicht die Picks mal komplett neu machen, nur die ersten zwei hier, ein Hanso und fucking Diva nehmen, das wird nichts, das wird ein schwieriges Comeback, was wir hier versuchen wollen. Das kannst du echt knicken, das kannst du echt knicken, ich werde hier auch schon wieder eingefrozen, Alter, wie ein Frozen. Oh, ich bin am Ja, sein Beat gegen meinen Beat, wenn ich einen fucking Beat hätte. Tja, leider haben wir keinen. Aber die sind da gut reingegangen. Endlich mal hat man erst, erst wenn alles schon zu spät ist, kommen die ganzen richtigen Leute, die wir brauchen können, so ein fucking Winston oder so. Das ist, der, der ganze Drop, der, der ganze Drops ist jetzt gelutscht, ey. Der Drops ist gelutscht. Ich versuche die Stellung zu halten, mindestens hier auf Overtime zu, auf Overtime hier irgendwie noch zu halten. Mehr kann ich ja hier in der Form wirklich nicht anstellen. Ich breakdance hier schon wie der letzte Pisser. Ich muss hier nicht nur den DJ machen, ich muss hier sogar scheinbar den Breakdancer machen. Wenn die das Eis nicht kaputt machen, das war's. Das war's. Ich sag nichts dazu. Das war scheiße. Das war echt kacke. Also, das kann man zwar zu jedem Spiel sagen, dass man, dass man das hätte gewinnen können, aber ganz ehrlich, das, 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 das hätte man echt holen können. Das hätte man echt holen können. Das war echt kacke. Zum Glück haben wir, hatten unsere Fahrer mal den Play gemacht und nicht diese andere Fotze. Sorry, sorry für das Wort, aber man muss das, was, ich war 96% der Zeit brandgefährlich, what the fuck? What the fuck? Wie habe ich denn das denn bitte geschafft? Ich habe zwar nur meine kleinen Beats gedroppt und ich glaube, ich bin so oft gestorben, ey, wie viel bin ich denn? 15 Mal gestorben. Wie bin ich denn 96% lang? Weil ich glaube, ich war auch der Einzige, der was geleistet hat. Ansonsten hätte ich glaube, ich nie das ganze Spiel lang so hart am brandgefährlich sein können.